Top Secret! Ich bin die Cyberspace-Testpilotin. Aber zuerst musst du noch etwas für mich tun. Voila! Das ist deine Einheitsgröße. Ist das nicht gefährlich? Oh, kommt drauf an, was du unter Gefahr verstehst. Vertrau mir einfach. Schlüpf rein, stöpsel dich an, klick auf meine Website. Oh, Mitternacht. So wollen Sie rausgehen? Die können gucken, aber nicht anfassen. Und nicht verspäten. Ich kann's kaum erwarten. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Das ist eine Nachung. Ich bin nicht verletzt. Wir sind nicht verletzt. Vielen Dank.